Der Gewerbeverein Rüsselsheim lädt für nächsten Mittwoch 19 Uhr auf Zoom zu einer weiteren Fortbildung zum Thema KI und Automatisierung ein. Mit dieser Veranstaltungsreihe will der Gewerbeverein seinen Mitgliedern unter die Arme greifen bei der Entwicklung einer eigenen KI-Basisstrategie. Es ist jetzt Zeit, sich mit diesem Thema künstliche Intelligenz, generative KI auseinanderzusetzen. Auch im Handwerk, denn dort ist in der Regel auch die Hälfte der Belegschaft damit befasst, Text zu verarbeiten, mit Kunden zu kommunizieren, Werbung zu betreiben. Und generative KI kann gerade im Zeitalter des Fachkräftemangels auch im Einzelhandelgewerbe und im Handwerk mit dazu beitragen, hier etwas dämpfend zu wirken. Im Übrigen ist das eine Technologie, die beispielsweise in allen Microsoft-Produkten und auch schon heute in vielen, vielen Anwendungen zum Tragen kommt. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel den Unterschied zu verstehen zwischen Googeln und Prompten. Wenn du daran Interesse hast, nächsten Mittwoch 19 Uhr auf Zoom, melde dich jetzt an mit dem Link, der zu diesem Video kommuniziert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017